guten Abend okay, wer ist das? was sag ich, wer ist das? ja, okay sehr gut, woher wir auch hier unten sehen, nicht wo wir das Mike hier unten machen, weil Peter sollte verstehen yes es ist ja schein, dass so viel die Kumpel sind so viel junge Menschen sind, was interessiert sind man hat die hier, man hat die Lehre wir haben hier eine Anleitung, dass das Leben wichtig ist dass es nicht bloß ein Dohan-Leben dass es bloß sind in dieser Welt nicht mehr zusammenhören, sind richtig gekommen nur wir sind hier von der Ursache Gott hat von Sinai gesagt in dieser Welt dass wir hier was tun, wie soll es die Welt beter machen dass es die Welt scheiner machen so in Jugendjahren sind seien scheine wichtige Jahre das ja auf Städte machen wir sind es ist eine andere Worte, dass Jugendliche gleich die jungen Jahre sind nicht so wichtig wie sie die leben es ist, Lothar war es manchmal fein sein, aber wir haben in den jungen Jahren es ist nicht so nah weil ich dort es sei schuld, wenn wir so andenken das ist eine Ehrliche das ist eine äldre das ist eine äldre was dort in Dantus was zu denken na, Lothar, ich hänge ich schon mal ja, ich werde noch gehen an der Herr weil ich dann das Leben allangert ein verdorbe das ist so schuld gerade die Jugendjahre was wir haben das sind die welche Jahre für Jesus zu leben das sind die welche Jahre was wir haben zum uns Reiden machen für das Leben die dann nur in den jungen Jahren in Hüspür wo ich weil ich lebe, steht bei einer Wohnung wo ich in den Hüspür bin ich in den Hüspür und ich schmack nicht so ich kann ein Wohnhüspäck haben und ich sagen ja, das hat mir sehr schmack das war ich so ein Hüspür nach Montag aber die dann mit den Charakter in den Hüspür wovon Charakter habe ich wovon ich habe wenn ich war noch er sein dort ihr all neu in diese Jahre wo ihr seid all dort entschlüttet wer hier war sein wenn ich war er sein sogar vielleicht alt sein wenn ich war in Altenheim sein oh Musik wird positiv nicht so aber wer will hier sein mit die Branche Onkels und Tantes oh ja da war alle mit Ram gong die Kirche ist grüder und die Stove gong da war ich grans krieren oh na nee ich würde gleich so zu sagen dass wenn die in Jünger Stove kommen die würde mautig kommen nicht so dass die sich freie tun dass sie in Jünger Stove nach gong wissen wo sie war am best ja ja eine Freie beleven weil ihr dort in jungen jahren entschlüsselt weil wir waren wenn wir schwore oud sind doch man denkt alle dag was die lewe sind so die sind so die anstrahlung was die haben dass die ein Charakter form und die werden ein Fanner Charakter haben so sein Onkel gerne tante was immer die haben was immer die machen dort fann die tante gleich wie trafen dein onkel den leck te trafen dann jo na dann do wir das nun am jungen jahren als Charakter ist dort form alle dag eiver weil ich froh sein ich dankbar sein ich meine arbeit weilig tun das dann haben schöne arbeit die sind nicht so fern nicht so fleur waschen ab waschen was dann die jungen schreien les bruk hier tun gleich nicht nicht stol meister brukt juk was dann hier die arbeit dann für jungen und frächte büte am hafen frächte horken abrymen all so so dinge steht ja das arbeit was wir frau und danken danken was so grise arbeit sind gleich wie nichts zu seien und trotz danken das waren die danken und da wir sing wie die arbeit danken und dann fang das werde danken form die worden die worden alle sein die worden charakter haben die menschen worden gleich da wurde sie schreien ohne hin zu trafen wir haben die anlegen wort die andere welt wäre wir sind hier berne wir sind nicht von der welt aber wir sind in der welt und das wurde von der charakter beruh ich nach dort be down kriegt dort die sind nicht von der welt dort meint wir leben nicht hier das sinnliche leben wir nehmen jesus an aus ans persönliche helland dort ist das wichtigste in jungen jahre jesus an nehmen aus ans helland ans bekieren ans hand geben ans leben dinge 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 sinn wurde beschützt dann das wir wurden in hell und in rein leben haben und dann sagt er do sie sind nicht von der welt sie nicht von der welt und von du sagst wie dort besonders verständlich ich bete nicht allein für diese und für die was der ist worden an mir gelaufen ich sage es verab dass die was gelaufen an am der ist wird und dann sagt wie von du so hat jesus von uns gebet und wie wurde an dieser welt beschützt bliebe in der welt aber nicht von der welt ich habe verstehen was das meint in der welt nicht von der welt die welt soll nicht an uns hort nähen kommen wie sind eine welt ich mag da mal ein bspiel von von vod in scherp vod und scherp hier die tobt kriegst die menschliche welt hier die tobt oder die rach tobt scherp und das ist wichtig das wort nicht das scherp dann ist vor dich das wort dann vor der scherp am vod aber was passiert wann vod am scherp nen champ was passiert da immer meia immer meia das scherp das wort leer immer leer immer leer ein darf so viel vod am scherp dann das fang und die sink geht bloß oin ja dann ist hoffel wute am scherp und wie sind das scherp in diese welt wie vor durch diese welt wie brücke die welt und die welt soll nicht in uns leben an kommen das sündliche lebe man redet von welt auf mein das sündliche lebe das weltliche lebe soll nicht in uns haut an kommen wenn das passiert das selbe wenn wir sind am lebe lernen lot dann fort schwander fort schwander nach jettner rauf jettner rauf am a diper and diper bade ein dach jettet un jahre das titanik weißt jiva die geschicht von der titanik scherp das ist eine interessante geschicht was immer 100 jahre passiert rote nicht scherp in europa gebührt worden man soll mit ihr stümmel im atlantic ocean kom in stets in new gong zub wot nu er passere wot in ditt scherp seht das kön nicht un jagun ditt wot nicht un jagun kön nicht un gön ditt so safe gebot wot kön stuhl plote gong dicht bitt stuhl plote na jib wot 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 jib scherp so stuhl plote en dan dessen wot 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 eign stuhl an ditt wot 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 go wot 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 so zub jib bitt so so sehr wird es sich das Schöpfen nicht ungegangen das ist nicht ungegangen das leidet sich auf sich selbst das hat es so stark gebeten und sie dürfen nicht abpassen sie führten mal die Isbäu so stark, passen nicht ab weil die Isbäu dort besiedert abschneiden und das Kraak ruht so weit, dort ist so weit dort doch kein Wut am Schöpfen kommen während der Nacht, ist kalt und das Schöpfen ging unge dort macht es eine sehr große Titel, ich weiß nicht so in lange nicht nur Leibboots über diesen Menschen verlor ihr Leben doch dort macht es aber sehr schrecklich was wenn das Wut am Schöpfen das sieht doch nicht an können bloß nicht stoppen wenn er die zwei gebrochen aufgeschnitten nu mit wie von Dage abpassen weil die wie vor dass man sei strömend Schöp vor wie durch das Leben immer wie wurde an der Welt anhörge dort die Welt ans auch war zwei machen dort die Welt wurde an so weit nähen kommen wo das selten passiert wo wir auch ungegangen daher sage ich dort dass Jesus bede dass wir beschätzt blieben von den Sinn und dort muss wir tun und junge Menschen können ein scheinbar Leben haben ein scheinbar Frieden Frau leben dort bestämt für jüngst und dort das anwander wo wir von den Sinn tun soviel junge Menschen erleben zwei morgen dass es gar mehr schein geht fang an schlachten gönnen gar mehr interessant nach georg vor gar mehr interessant auf christliche Jugendstund sein das wird uninteressant wenn das wird zwei gönnen das sind ne kommen am hat dann wir dort fixen dann wir das rüttriemen oder bara gön schein gönnen wenn verjunt ist bestämt jüngst soll das ola sei schein gönnen dort wird jesus hat aber die fiend die wahl das zu do die wahl nicht ha damit wir und denken so wahl wir das leben in ordentlich hell wie können schein nicht Jugend leben haben und Frauen frei ober und denken das lebe für jesus nicht nur das lebe für jesus lebe mich auf einmal sehr interessiert mit Jugend habe quasi viel jahre Jugend lehr ich weiß ich weiß nicht wofel johre 10 johre hat das vergeht ungefähr und mir hat einmal sei erscheint mit Jugend zu sein wo die lebe jesus immer ge in wo die lebe taub sein hat mich immer sehr interessiert dort abrecht ich habe wie ich kann hier sein das was das bet blank sein aber vielleicht sein ich kann hier feiern riech ich würde explain was das wäre wenn die weite war das erst wer weite was das ab das bild don man you will yeah oh okay oh that's girl that's a loan and what is that what time we are in electricity früher, dann haben wir einmal gesagt, mir denkt dann, sagt Jungpia, haben wir seine Lampen am Desch zu tun, dann haben wir gleich die Lampen, das ist nun, dann haben wir seine Lampen, sagt Jungpia, mir denkt dann, dass wir anfangen mit der Lampen zu kriegen. Die sind drei Tage. Und nun, wenn wir das von oben mal bechecken, so die sind die Lampen. Ich will Ihnen ein Bild geben, dann vielleicht kann ich Ihnen fragen, wo wir noch halbe Utteln haben, ich kann das halbe Utteln, die waren alle im Blatt gelegt, hier sind Feuerlampen boven. Nun haben wir hier ein kleines Wettbewerb, wir zeigen, was für eine Lampen die wir da haben, und wo die Lampen schafft werden, und dann sagen wir sie, die können Sie rutschen, wo eine Lampen, die sind von Ihnen. Ja, kann ich Ihnen eine Feuerzeuge geben? Das ist nun, wenn Sie eine Karte, vielleicht ein bisschen Meier belegen, hier sind noch Meier. Hi, Allain. Ich bin nicht ganz taub. Mein Befehl dann hier, dann machen wir ja. So, Jesus erst das Licht und das Welt Jesus kam an diese Welt und er braucht hier verschiedene in diese Welt ein von das Licht ein als Leib und noch viel Meier aber Leib und Licht und Leben das sind von den wichtigen Dingen, was Jesus in diese Welt anbringen hat. Und nun sagt Jesus wie sind auch Lichter. Dus Jesus erst in diese Welt gekommen ein großes Licht und er hat dann eins neun Tage und wieder drei eins spielen. Sondern er sagt hier dass die sind das Licht ihr seid das Licht der Welt sei wir die ich war hier ich war die Bibel falsch hier so hat ihr alle was geschrieben das hat mir nur wie wenn ich habe vielleicht das hier auch noch dass die diese alle hier was abschrieben gleich noch mal ein bisschen tische und dann sagt ihr das Blot ich habe und dann sagt ihr das Tüß noch immer zu checken was ich habe so hier wo wir den Bibelfahrer anschreiben das ist das ist ein Timer Matthew 5 verse 14 to 16 so da schreibe oder Matthew 5 14 to 16 und da sagt es das die sind dort Licht von der Welt die die Stadt kann nicht verstorben was am boi ich lege das die hier nicht so boi bei uns ein boi und dann machen wir eine Stott klack auf boi ko temo boi vielleicht muss die sein wir haben ko temo geschehen in mexico wir ko temo geschehen oh sind sehr viel good die licht mits so am boi und so viel licht ist so 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 jesus sagt jörg so eine Stadt die kann es nicht verstorben da geht seine Stadt am boi lege da dann sagt er wieder nicht in licht und stärken und dann dort stelbe hier steht schaffel das kann kommen sein oder irgendwas der nicht licht wo han sagt in dann do eine kam ewer stelbe so denkt man nicht da wird die dann loote tierisch loote sondern ob leuchtet wo napp so leuchtet erst an allen die im hause sind dann die dache vor all dem was im hus sein wenn das lecht hier wo bo sein weil dann wo die bo so wo an machen wo die lo sind dann worden vielleicht wo nab gezah nicht so ring wo han die boven dat die dache done well das ist alle natural das we alle das ist das es aber jesus will jesus denken, können sie denken, weil das sind auch meist selbstverständlich nicht so, aber wenn junge Menschen können in christlichen Lebe führen, dann ist es hier etwas passiert. Da steht die Wild-Bus-Rum-Taube, die da in geschädigt christlichen Lebe führen, dort sind Licht, und dort machen Menschen nur Gott präsen. Dort ist es sehr wichtig, was junge Menschen an die Zeug daunen. Dort ist die Zeug nicht so, das wird in die Zeug nachgehen, das wird die Zeug messen, das wird die Zeug ranen worden. Das ist sehr wichtig, was junge Menschen daunen. So, nun habe ich hier Feuerlompe. Nun werde ich von jeder Lompe beten, was sei, dann wird was beschrieben, in dieser Lompe beschrieben, in Tierkne, und dann war wir fürze Nacht, dass er wieder von den Seemann, dem Mann, was er so durchstellt, was Jesus zum Glück ist, vertelt, die Tijanetiz, da hat er so durchstellt, hat es vielleicht hier ein Weg, so bei der Sootbeine wie ihr, da sie mit den Horns dort nehmen, und da hat es sich dann durchstellt, dass er so durchstellt, dass sie ein Wach ist, wo sie seh, da hat. Interessant, weil die Welt sich so entweckelt hat, nicht? Sagt, wo wir von da erschaffen, da zuhören, das soll alles mit hängen, vielleicht mit Osse oder Pieren, vielleicht wird Ewa schlafen, dass die Sohden wird in ihr da. So ein Seemann, die Sohden ausstrahlen. Und das ist auch ein Bild, das wollen wir hier dabei tun. Das ist ein Bild, wo das Sohden, was an uns Hort neigetragen wird. Und die haben alle Sohden im Hort. Das hat die doch gekriegt von den Ältern, oder von den Sinnerschalliedern, von Jugendländern, von einer Zeug, von den Prediger, wo immer, dass alles, was ihr gehört habt, das gute Sohden, erst als ütgestrahlt an den Hort. Und was das so tun? Nur das erste Lamp, was wir hier haben, das ist eine Lamp, die hat keine Eilbeine, die ist nicht angesteckt. Wie weiß ich so eine Lamp? Die macht eine Eilbeine. Eine Lamp wird eine Eilbeine, Dann hat sie da so einen Brenner, und dann macht sie auch gestärkt, dass die Brenner kommen. Und das erste Lamp, was wir haben, hat eine Eilbeine. Und das ist nicht eingesteckt. So, die brennt, die dort, ich kann ihr Harn schriebe, empty, nicht so, das ist eine Lamp, das ist eine Lamp. Ich drücke dann hier, ich habe hier die Harn schriebe, ich schriebe, die kann es unter beschriebe, an Jünne Wirt, wenn ich hier was sage, schriebe ich an Jünne Wirt, und ihr Harn, was ich in der Lamp beschriebe. So, das ist eine Lamp, das ist empty. Oder, dort ist die Sud, wort am Wach gestreht, das ist eine Lamp, wie ich schriebe, die Sud, wort am Wach gestreht, vor der See, man ging See, falls haben Sud, streht, am Kinga dich, am Stichhahn, am Wach, wird Hort wir, streht du am Napp, und dann war das so wieder, so zusammen, flucht du am Napp, meinst du dich, an Sud streht, und das erste Lamp, wort der Kotei Harn schriebe, am Hora, Wach, oder Hora, Stich, Kapitänisch, Brot, das Harn schriebe, und dann, okay, eigentlich, Taut, wird wie Harn schriebe, Taut, oder Dad, kann ich auch Harn schriebe, und in der Schrift steht, Matthew, 13, das ist von den Seemann, Vers 4, so, und den Herr, du hast einmal, Ewa, 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 Studiere, bechecke, wo eine Lamp, die sind von diesem, so, das ist nun eine Lamp, wort, wo nicht Eil, Ewa, 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 und die, ein«, Ewa, das können wir das tun, das können wir, bes sekali, kleine Kinder, das können vielleicht Be sabeake, hier würde verschiedene, wir können nicht einmal, wie das ist, oder es können, vielleicht irgendeine Kind, an der Welt, oder dort, ein Baby, die in die jungen, wie uns an der Boy, zum Beispiel, was du abwassen, da wird noch, nennen die dort nicht, da wird noch, China, Eil, eingefällt. Eil eingefällt, dort ist Glaube, dort ist das Wort Gottes, dort ist das Wort Leben jetzt, dort wird ein Wirthaft, dort wird ein Kind Gottes Brücke zum Leben, und dort wird es hier nicht brennen. Und dann wird es hier nicht untersteigen, dann wird es hier gleich brennen. Und hier wird eingefällt, eil wird brennen können. So, jetzt habe ich euch in ein Ex-Hand machen, dort meinst du viel, dort das ist hier nicht. Wenn, und du hast es hier, dort ist auch viel brennen. Dünne Leven ist auch viel eil eingefällt worden. Die haben viel und du. Was deine äldre und du hast, neuer plant, und du hast Schauwlerers, Zinnarschauwlerers, Jugendleiter, Tredjers, die haben auch viel, geheert, viel geleert, die können sein, dass auch viel eil an den Hord nachgeguten, dort ist du. Und dass ich viel soot gestreit an den Hord, wofel von dort am Hora war ich ist, dort wird die aller selbst das Paaste, wofel von der soot noch daht in dein Leven, wenn das Hord ist. Doe ich mag die ans Leve wir haben, ein wirket Leve, wo die soot nernstreichen kann, jetzt in Hord gestreiten nicht nern, so da würden nicht alle wie Babys da wie Paus, nicht alle wie indianer Kind oder vielleicht die eine Welt, irgendeine Weltmensch wird die Kind machen bis das nicht gaudet lehre, bloß die Kind wird über lote kann dort was zu wählen, so dass das Land nicht all nahe dort nicht euch steckt. In wort halb so eine Land besteht. Dann gehen wir nach der nächste Land. So das ist klar, das sage , nicht. Und das nächste Land, okay, hier ist eine Land, wo es ist ein Eil angefeilt, dort ist dort ein bisschen und gegne, du hast Eil angefeilt und da hast du einen Brenner und du hast auch ein Flammtje und da wird nicht anfangen zu brennen ober ober jetzt wird man gekommen du hast der Eil angefeilt das angesteckt wurde und der brennt und nur kommt der wird man du wie den Seemann der dort war unter der Dornen ich weiß vielleicht auf Englisch das steht unter Krüten ich soll die Seemann streit so du zusammen das fällt unter Krüten unter Krüten steht wo nichts raus zu kommen so wie du angefallen dort meint so viel du hast das Wort nann gekommen das Wort in der Stich dort kann nicht raus und dort kann nicht mehr Dache wo wir nicht will dort Lampenglas fängt an zu berühren ja Zeit hat es dort tecknet das Lampenglas dort ist schwarz geregelt nach ober die Bove kommt nach ein bisschen so schwarz rüht ja was geworden was mit diesem Land geworden die Sood fällt unter die Dornen die Dornen die Krüten was da ab am Gord zu haben wo ich schmache Gord hat da was eine große Krüte steht ab und das verstärkt die Schmache plant was das ging so schmache ab so er sträume plant ging fein ab und nun erst das unger krüte rote nun fängt an zu verdreigen kann nicht mehr was die schmache ab die gonne das verstärken oder der Lamp die brenn fein bei eins fängt an te regere wenn ein glas hat berikert bild dann dachte lamp guai mei die an te die all wird dann fängt an te regere wenn das glas regere flammer nach die sing ganz uit ganz schwart geregert dort ist wenn Sinn am Leben ankommt hat ja wenn wir Sinn erlauben an ins Leben dort die speck krüte steht die was dann die sind was und die verstärkt das gude oder die Lamp die fang an te regere die vereil fang an aller te worden und das licht flammert vielleicht noch goe mehr klo es goe immer zu sein als der mensch verhebt noch Christ dann fangen an te wundern der hat sich betiert und im einmal fangen an zu wundern was sie worden das ist die goe mehr zu sein dass er Christ ist schick vielleicht beträgt es trürig gleich vielleicht allein ab zu hauen blüff vielleicht tüß wenn jügend sing es oder gleich sess wo vor irgendwas ist er ein putz geworden das licht da goe schmeier an dem sind gesächt das goe schmeier frie das goe chmeier der dach gesächt wort das eier al via du hast Sinn nenn gekomen in das Leben ja wenn die Sinn erlobe am Leben dann wird ans lohn verieck und dann dach das goe schmeier daher ist das wichtig dass wir das lampe glas rein hauen in dach wie die eier nicht laute ola war dach mein gelau war dach wat wir geleert haben an war dach wat wir geleert haben wat wir immer praktische dach wie tjana meier war dach glas kon volle eier war nicht mal uit dreh war nicht wenn war ladig war wirst ladig war dan hittet leech a mitte hache en wo wir dach nicht an war wat we geleert ha dach wat an hort ne geduene eier en wir waren dach nicht an ans lewe dan stof dat uit dan verliere dat dan verschwinkt dat gauden noch wat besas hore doher eier dat sehr wichtig dat die dat lampe glas chlor rein hauen dat ma taj man wat an ferschen rein jim ne rein jim die bibel ab dit schaaf dat heil jim dat meint reinge die mat ans lewe armer wat reinge dat glas mat armer wat reinge mocht woher en de eil on wande na wat maja eil geber dat am christliche lewe erschöp dat 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 eil am hort dat as door so hier hab die bibel farsch matthew 13 verse 7 dat hier onge hans schrieve matthew 13 verse 7 en hier wat van teke mocht ik hier an hier mocht ik een ex ha dat dat weet niet dat kun ik alle zei garante dat zei niet over wat mag ik hier dan van teken han maak ik weet kwa jem hort bestaalt zijn alleen die weet en jesus weet dat je go chant dat chant je ruit niet dat dat chant sam ruit die äldre oder die dainer oder jugend leher die maakje wat een word to eat something die maakje wat wat arraig is zo hier mocht ik dan een geroutet frågeteken zei du in je hand mocht dat meint wie maakje ans vroge je welk ha jesel in alle vroge zelf vroge zes 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 ben echt ben echt ok dan den wach schaaf de met schofe en we dat ans saals briefe wo wie orraig san dan schaaf vi ans doa 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 rengje dat het war fein klo dag gekon en war de eil en fahle en de vroge de eil wat de bierne en en de bierne wat bierne eis dat so een bierne wat boven rieken dat riekt die unge zo'n eil na dat wo je dan gezien haar die lompe tjane dat riekt unge eil na en die bierne as de boven die worden hoort of hoort mat dat dat zo een beetje beknipst worden en hoort wat los knipse dus want het hoort wat dan walt ook goeie gaan zo fein brengen zo fein dache dan moet dat hoort wat loos gemocht wat wat fijn fresh is dat is een bilde van dat een christle leven moet geflasht worden we kunnen goeie ons een bekeer dan ze denken dat nu wordt dat alle verselst worden dus wie bleef daar we die fehlerhafte menschen die moet practicen dat christle leven dat moet gepractice worden dat moet geflasht worden en dat brugt een reiniging dat brugt dan dat losmak van ons wat wat hoerd in ons vlijkt van het meer goeie gijn vlijkt 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 het leven neukom want dat wat hoerd dat wat voer lukk dan dat wat fijn die konzern en dat vliek 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 dat is leuk dat van vliek die im Hause sind. Nun darf ich nur die nächste, nur die drei der Lohnen checken. Jetzt haben wir die Welle, das Lecknis von den Seemannbrücken, dann haben wir dort hier Handschriebe und das Steinige, was manche Steiner fallen hat, schreibt das in die Sprache, dass sie weiter, was sie damit meinen, dort fallen unter die Steine, oder unter dem Schaffel. Also das ist die die Stahl, das sage ich jetzt. Wo das hier ist, dort Handschriebe, die können hier ein Wort drücken, dafür wird die Welle. Und das ist dann Matthew, da hier wo ich zwei Schreffen, steht da Handschriebe, Matthew 5, 15, und Matthew 13, 5, 13, verse 5. 2 Schreffen, die die Poste hier haben. Okay, nun haben wir hier diese Lohn. Diese Lohn, die haben auch Eilbeine. Ja, das ist auch Eilangefeld, worden. Diese Lohn, die haben hier auch einen Brenner. Schreffen, das ist auch ein Schaffel, oder eine Kamm. Eine Kamm, das ist auch ein Schaffel. Diese Sache, so macht ich das auch nicht. So darf ich das auch nicht. Nü, jäfter war Menschen, die da nicht. Das ist auch ein Schollehrer, was die Boverklasse, da wir uns die Hochschulstudenten haben. Früge ich, als sie seine Schäuhrer machen, und sind gemerkt, dass die Kinder sind, steht da. Sieg unja, daatje. Sieg da, fuhrt jo, hier wird fuhrt. Sieg da, ja, so irresam. Na, wat meint son da? What don't have they done? They don't have the air gove verstärken. Oder, sieg schäme sich, tot sind Christen. Habe ich noch mal so einen Trouble, die habe ich impiziert, da hat ich ihnen einmal bleibfeiert, und merkt, ich einmal schäme dann damit, tot sei erschroet. Bis jetzt sage ich, wer sich schäme, wat met arm, in dieser Welt, mit dem, was sie sich schäme, für Gott. Na, soll er sich schäme, uns für Gott bringen? Na, nee, das soll er nicht. Da, mag die uns in der Lebe auch nicht schäme, von Jesus zu reden, für Jesus zu leben. Wir sollen wieder däunen, dann dürfen wir das Wort immer dargeben, ans Leben. Dann verstärken wir ans Leben. Und wir sollen nicht ans Christen Leben verstärken, wir sollen dort frei, open, bohr, ha, ein Zeuge davon, soll nicht ein togedachtes Leben sein. Oder an sie goben. Gott hat uns alle goben gegeven, er hat uns auch alle goben gegeven, was sie alle tun in dieser Welt. Und was soll sie mit däunen goben? Gleiche die anzuwandeln, um etwas zu brücken, oder gleiche die zu verstärken. Es ist keine Sorge zu sein, für was er gut sieht, dann wird sie die nächsten Welle annehmen, vielleicht eine Lehre, oder das was, wenn wir alle waren, wollen wir vielleicht das wählen, dort wählen, und dann gleich wieder, einfach zu verstärken, dort soll keiner weiter, meine Go, wo ich nicht anwander. anwander. Aber wenn wir so, dann sei wie nicht ganz früh. Ich weiß, dass ich jung war, ich habe so eine Temptation als dort, dass ich will mich nicht über die kommen. Dass ich mich fahre, wenn ich würde, dann würde ich noch mal präger werden, das jankern mich nicht. Denk mir noch, dass mir das dort jank. ich will ein Missionary sein, dort janker mich von klin, ich von jung an, so gefällt, dort die an mich, ich will ein Missionary sein, aber nicht ein präger sein. Na, was weiß ich verschieden, das ist nicht so, aber ich will es nicht kommen von euch, weil mir wird ganz hand geben, ganz wieder kommen, da wird das abge , meine Worte. Sagen , es wird schwierig, Gott das nicht gebt. So, weil wir den nicht verstärken, weil wir über den kommen, die gehen, die haben, das ganz klar. Und Gott will die eine große Brücke, die sind die nicht präger sein, ich soll, ihr alle lehrer sein, vielleicht sind auch lehrer, oder andere Amt an der Tioch, wo ihr habt, so , dort nicht verstärken, wird mit jünger gobe, wird die Haar Gott deiner, das tot tierisch, nicht so, wann muss uns dort sein, wird ein Lamm abgesterlt, der dacht, und dann wird über was ever gesterbt, dass er nicht dacht, so. Ja, wo lang wird Gott versin dort genetigt sein, wo lang wird er mit so und ihr dillt hat. mag uns das auch manchmal schauen für ihr hat. Ja, Schulzinger haben auch manchmal, gerade Schulzinger, die haben mit so Trouble. Die tjane machen Dinge so fern daun über die gleich ihr deal zu kommen damit. Wir sollen uns nicht geräuscht tun daun daun meint nicht nicht auf ihn sagen oh ja nütz ich dem alle weg sie na wenn wir uns geräuscht daun 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 nicht daun erhebe daun 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 sing oder whatever fehl fehl gobe jaff dort die abweichen paul schiff dem an tim matheos noch die abweichen so gobe machte manchmal abgeweigt was wir haben die haben vielleicht so lange ungedrückt dann kann die God entwecklen und wie sind alle begobede Menschen die sind alle begobede Menschen das weit ich sie haben viel gobe sie können viel däun und wenn sie wird länger leben geben die welt stöne dann wird Gott der jund große Dinge däun haben in die Welt und sie hat die gobe sie hat das water brücke det ok ich war hier auch ein froh die gingen angehaven machen ich weiß was ich getan ihr macht ihr selbst priefe ihr leben und in der Zukunft steht an der denken das euch dort ein bisschen bildlich wiesen dass ihr dann man beter beholen und dann sollt dort blot haulen dann sollt dann mal ewig checken das muss sein wo war da je wer se von dat am weckle am gesdlichen lewe so ist die solle schau das kommt die verwasch wo da ich mit die eil ok nun habe drei lompe und interessiert uns alle ganz paaste das dach große ruht alle konnte dachtet so leuchtet es dann alle die im Hause sind hier haben ein schreit land hier schreit unge hand gaudet land ja das ist so als auf gaudet wie land gefallen hier woken porsche aufsteht ha matthew 5 15 and matthew matthew 13 vers 8 and 9 matthew 5 15 matthew 13 8 and 9 and what they do can schrie do unge nacht ab ab leuchtet astan allen die im hause sind dot dät nu dache for all de wat am hus Ja, schicken dort auf die Sprache dabei, Englisch oder Flottisch oder Höchstisch, Spanisch, damit passt es gerne. Das ist ein Lamm, das hat eine Dage für alle, was am Höchst sind. Und was am Höchst sind, was sind sie. Erstlich würde ich sagen, die Zeit über die ganze Welt, also die Umgebung, ja. Die ganze Umgebung, wo sie sind, wo sie kommen, dort Dage dort. Menschen seien dort, ja, hier sind Kinder Gottes, hier sind so eine Worte, wer nicht dort bewiesen ist, er lebe. Er kräfte lebe, üd lebe dann. Die sind nicht für doll, wenn man nicht schafft, für zornig, die sind leichterlich, liebend, geduldig. Und werlich reiht ihm dein, werlich reiht seine Tembifote. Ja, das ist einmal so Schmuck, wenn junge Menschen, hostig reiht sein Tembifote. Und das wird er nicht so viel mehr. Vielleicht kann es gerne Mama halten, Papa halten. Vielleicht werden es schön irgendetwas zu downen. Das aufräumen, abwaschen, klimaatverrechten. Irgendetwas, bitte am Hof opräumen. Oder ein bisschen was zu fixen, ein bisschen was reinmachen. Oder ein bisschen was zu fixen. Oder das wird, in hoffentlich reiht, temb da down. Oder für nur was, bitte nur was schlechter halte. Sie sind vielleicht krank oder irgendwo, erst da. Hoffentlich reiht seine, bitte nur was vor, something down. Dort stand alle Licht da. Dort ist alle, was da gedreht. So leuchtet das an allen, die im Hause sind. Und das macht ein Unterschied. Machen wir denken, was macht die Klinik, den ein Unterschied. Über die Tät. All solche Klinikäte, die machen ein großer Unterschied am Leben. Wenn wir andere Menschen beobachten, oder selbst beobachten, was wir da tun. So hier ist Eil an die Feld. Diese Lomb ist angesteckt. Und der Lomb, der brennt, der Dacht. Der Dacht ruht. Und das ist nicht immer gestärkt. Das ist auch hier saht. Dort ist fein Dache, das ist im Haus. Manche können nicht sein. Ich kann nicht erobern. Hier hat das Schoff, was er fehlt. Das ist das, das ist fein Dache. So hier machen wir das Tierchenhahn. Der Trackmark. Richtig. Raas. Das ist es. Und das ist was wir wollen. Das checkt ihr. Oh, ich denke, dass diese Lomb hier auch nachher ist. Aber weet ihr, was diese Lomb noch für abkogen hat? An die andere Lompe. Ja. Wir tun nicht bloß selbst für seine Dagen. Nein, das Dache, das meint, wir tun es etwas. Erstlich für diese Lomb. Hier können wir denken, unsere Menschen wollen nicht von Jesus zahlen. Das wir denen, das sei. Das ist ein Porta von. Das hat jetzt Eiland gefällt. Und so wird es in dieser Lompe Eiland gefällt. In der Unstärke. Unstärke, das meint, das Evangelium bringen, dass die Menschen sich auch betieren können. Vielleicht hat er auch die Jugend in dieser Umgebung, was sich nicht tragegegangen ist. Und dann können wir diese Lompe sagen, ich sage, diese, diese Menschen finden sich auch nicht tragegen im Leben. Das fehlt an diese Lompe. Das diese Lompe wird so viele Dagen und wird helfen, hier Meier Eiland fällen, in das Bloß rein machen. Das die auch keine Dagen. Und Jesus will haben, ohne Lompe soll er dauchen. Er will haben, ohne Menschen soll die Hilfe beworben. In dieser Lompe wird er Hilfe, dass er nicht die gleiche Verstärkung, nicht die tote Dagen, ungelte Dagen, die Gube, oder dass er ein Christ ist. Wir glauben nicht an die tote Dagen. Das Christenleben soll zu sein, und Jesus soll hier Dagen, er soll uns nicht hier wahrnehmen, aber er soll uns hier beschützen. Er soll uns hier halten, dass wir hier ein Tod sein in dieser Welt. So, ich glaube, ich sage Ihnen alle, ich weiß, alle wollen Lompe, die wollen sein, aber ich kann euch fragen, dass er ein Kloch möchte, dass die Tieren diese Dagen Lompe sein. Und von der Tieren kann manchmal manchen. Er kann manchmal manchen kommen. Einmal haben wir uns doch geschämt, einmal haben wir uns doch gedacht. Nächste Mal haben wir doch, was wir tun haben, wenn wir nicht aus dem Sitzel, weil wir ein Flugzeug los rein machen. Dass er nicht wird, dass er nicht wird, weil er einmal flammert, das Licht in sich gar weggekommen. Ganz trügerig. Weggekommen. Ganz das geistige Leben versteckt. Ganz das, weil er dödgekommen. Und da werden wir sehr viel abpassen. Das soll Dagen. Willst du, die wollen alle, mannen und frühest werden, wird er wirklich abverloten jetzt. Und da werden, wenn sie denken, dass sie noch mal in der Früh haben. Sag ich, was ich noch mal an denken? Normalerweise, dann denke ich, ich mag mich so nicht vorstellen. Ein Tag, dann werde ich einen Großzahn haben. Ein Tag, dann werde ich mich befreien. Dann werde ich mich in der Heim haben. Und dann denke ich an. Wenn sie denken, dass sie noch mal in der Früh haben. Was für ein Mann soll die Früh haben? Was für ein Mann will die Früh haben? Weil die will sie einen lausen Mann haben, was nicht in der Feind hat. Was gut jetzt unter Vertrauen. Wem sie gut kommen, muss erreichst sich ganz für Hand geben oder Vertrauen schenken. Oder weil die Söhne sein, was im Grunde steht, dass die Mial oder die junge Früh, was sie wollen haben. Und ganz, was sie auf den Verloten haben. Sie wollen unlehrt dorthe und sie haben Vertriebe. Dort wird dann am Grunde Christus sein. Dort wird reich ungelehrt worden. Weil die Miales werden so ein Mann haben. Wenn die auch noch mal denken und sich befreien, die checken uns dort. Die werden im Mann haben, was da wirklich, was von sich mag. Was da am Grunde steht. Wo sie sich gerne unlehnen. Sie sind so genäß, sie werden sich gerne an wem lehnen. Und im Stolkermann. Nicht an so einer Wort, nicht auf die Verloten geht. Wenn er was sagt, nicht in der zweite Asse, was er hat Wortet, was er sagt. Oder wenn er was da, geht er auf die Verloten. Versteht er mit Geld anzugehen, oder was er bis alle aneinig verbrückt. Oder was, 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 was da, die Mann. Wir geben uns alles zu unterdrücken. Wie man früh ist. Sie brauchen die nicht, ich akkriege nicht die Jungen. Das ist wichtig, dass sie ihren Leben ernst haben. Dass sie das nicht vor mir tun. Nicht zu denken, nein, Herr, weil ich das nicht tun. Sie brauchen die neue Form, wie wir alles haben. Stolkermann, was der früh, die Familie verstohlen, wo er auf die Verloten geht, wo er in der Rede, dort ist Wohret, wo er dann, dort ist Tauverlässig. So eine Mann, wo er in der Gemeinde braucht man eine Mann, wo er auf die Verloten geht. Die werden Dinge unlehrt, einer dort, einer dort, einer jant. Da werden Mann sein, die werden verabkommen in der Gemeinde. Die sind drückt. In Michaelis, die denken vielleicht, ich muss dich umdrehen, ich soll das nicht hier. Die werden vielleicht, das nicht tun. Ich so denke, ich soll einen Tag vielleicht nochmal machen. Aber wer will die dann sein? Wenn ich auf den Mann erfahre ich auf ein Leben, oder nicht, habe sehr viel mit der Früh zu tun. Auf die Früh zu unterstützen, auf die unterstattet, auf die Leib haben, auf die Mann kann unerkannt werden. Das kann Zaya, das ist Zaya, die Mann formen. Ja, die Frau kann, Zaya hat sich umdrehen, auf die Mann formen. Zaya hat sich umdrehen, oder das ist immer was mit der Azzah zu tun. Oh, hier habe ich die Waren nicht getroffen. Da habe ich die Waren nicht getroffen. Und mit dem, die für die Kanz Azzah ging leben, und mit dem, die Kanzler, wo der Dinge dann so. Die Waren machte so eine Charakterform, wo du auch, die war ich erst, dass die Waren schon eine Unjer Stätte, dass die Waren schon eine in Blackout die Heimha, wie weit die nicht, was Gott für ihn hat, das weiß ich nicht. Aber das Average Data und Schaff in der Zukunft und so denken, nicht so. Und ob ihr dann Waren dort nicht bloß ein Leid sagen, give me, give me, give me, give me, nicht so. So habe ich mal eingestellt. Wie wir alle das alle haben. Anfälle beschränken, oder von uns. Wir werden denken an Jeeve, dass die Waren und unsere Menschen erleben, was Nehndaun und ganz besonders spannend, einmal jetzt, ob das steht, dass die Denke an selbst den Heimgeränden, dass die Denke an Jeeve und die Waren in Porta Nehndaun Christliche Männer und christliche Flüge geben, was die wirklich am Grund stehen, was die lebende Gemeinde geben. Ich möchte die Harten dort alle schenken. Und was wichtig ist ist, dass wir das Leben für Jesus haben geben. Dort macht es das und dann wird Jesus dann wieder vor Dingen am Leben haben für uns. Surprises oder wo immer zu wollen haben. Ja, möchte die Harte in Ola segnen, gleich würde nicht zum Schluss kommen. In Ola wird sein mautig, verweich zampfen, mautig leben, mautig Christen sein. In das Blut soll die mitnehmen, soll die haulen, dann once in a while man ein bisschen dann absehen. Ja wat? Wollen Lams segnen noch machen? Wollen ja, dann wünsche ich in Gottes Genode. Velven Nacht, ho beten. An Sleva vod am Himmel. Wie danke dir für die Tjana ha. Wie danke für die Gegenwart. Wie danke für die Lösung, dass du das licht ist in dieser Welt und dass wir auch lichter sein in dieser Welt. Dass wir lichter sein in dieser Welt. Wir haben von der Lange an B vergeführt, dass die lichter so verschiedene scharfe Tjana sam even nicht Eil nicht angesteckt sind. Und der war das Lampen gelassen, der gericht wurde verregelt, dass gar nicht mehr dach kommen, oder der Eil wird alle dach geben, oder die schämen sich, dass sie in Kirs sind, oder die Gove haben, die Gove Tau. Dann sind der Bog die über uns zu Freie, wo der Eil ha angesteckt sind, in Klo Dache. Ich habe und alle, da wurde der Lampen sein, was wirklich der Eil ha ernst in die Anwander wurde. Der Lampen wurde wirklich angesteckt als ein Dache det für andere, dass andere Menschen wurde nicht davon. Ihr musst das schenken, musst die Jugend alle halten, du entsehner und mit den Gäß Anfälle und leiden vier. Und er die Tau kunst, ich weiß nicht wie lange du Leben schenken, weil die Welt stöhnen wird, aber wenn du wieder ein Leben geben, dass die alle erleben für die leben, für die anstrahlen und die deine, dass alle werden bei dir im Himmel trafen. Wenn die Sonne sind, was ich nicht glücklich feilen, halt den damit. Du entwiesen, wo sie können, wo sie leben werden, du entrage mit dein Leib, dass dein Leib er hoort anfälle wird, und die Söhne sollen sein. All die, die true Christen sind, gebt ihnen kraft und muck und stork für diese Arbeit hier in dieser Welt, wie du uns hier hast. Ich bete das, im Namen Jezus, Amen. Amen. Let's take our Christian hymnals and turn to number 193.